Hallo! Kennst du das? Du solltest einen fiktionalen Text analysieren und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst? Oder du verzweifelst, weil du nicht mehr weißt, was denn nun alles in eine Textanalyse gehört? Keine Sorge! In diesem Video zeige ich dir anhand einer Checkliste, welche Punkte in eine Textanalyse gehören. Warum eine Checkliste? Ganz einfach! Eine Checkliste hilft dir dabei, keinen Punkt zu vergessen und deine Analyse sinnvoll zu strukturieren. Und das Beste? Hast du die Liste einmal im Kopf, kannst du jede Menge Zeit sparen. Alright, let's get started! Du beginnst deine Textanalyse mit einer Einleitung. In dieser Introduction solltest du die Grunddaten des Textes nennen. Also, Titel, Texttyp, Autor, historischer Kontext. Allgemein beantwortest du hier die Frage, what text are we dealing with? Eine Introduction kann zum Beispiel so aussehen. The novel, The Grapes of Wrath, is a typical example for an American Realist Novel. Written by John Steinbeck. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Aufwand zu investieren, euch, vente & Stage Ah !!! Bart A z